Hallo und herzlich willkommen bei Redox Tutorials, ich bin es wieder Jan und heute mal zu einem kleinen Quick-Tipp und zwar wurde ich gefragt, wie man bei Sony Vegas die Geschwindigkeit eines Videos verschnellern und verlangsamen kann und ich denke, das kann man kurz und knapp erklären, wir fangen auch gleich mal an. Und zwar, ihr sucht euch, ich in dem Fall, ich suche mir jetzt mal die Stelle raus, die ist irgendwie ganz schön, ihr sucht euch die Stelle raus, die in der Zeitlupe sein soll, klickt dann bevor das Ganze beginnt, also ganz knapp bevor, sucht ihr euch die Stelle raus, drückt S, um zu schneiden und ja. So, dann schneidet euch die Stelle einfach so raus, sag ich jetzt mal, das hier können wir dann etwas nach hinten ziehen, weil wir hier das nämlich packen werden, das packen wir uns hier hinten und halten dabei Steuerung gedrückt, packen das mit der linken Maustaste, die wir gedrückt halten und ziehen das weiter nach hinten. So, ich glaube, das passt ungefähr. Sound sollte man dann ausmachen, sonst hört sich das Ganze so an. Ja, und das ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, also wer will keinen drin lassen, ich würde da lieber einen Musikstück runterlegen. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Ich habe zuerst ein ganz normales Tempo. Okay. So, ich hoffe, der Quick-Tipp hat euch gefallen und war jetzt nicht allzu lange und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial wieder. Bis zum nächsten Mal. Dann, auf, auf.